Meister des Arbeiter-Saber-Mieter-Bundes, was machen Sie hier gerade? Ja, das ist erstmal herzlich willkommen. Wir möchten gerne, wir haben schon gehört, dass viele Flüchtlinge aus Ukraine wollen hier kommen und wir möchten gerne alle Leute helfen und so. Die brauchen Betreuung und so und wir möchten das gerne machen. Wir haben schon alles vorbereitet. Das ist hier, wir haben eine Halle, die passt für 1500 Personen. Wir haben verschiedene, wir haben schon alles vorbereitet für die Kinder, für die verschiedenen Bereiche. Das ist Arzt, meine ich, das ist für alles. Wir haben schon alles vorbereitet und so. Und dann, das ist, ja. Das macht einen heilen, Meister. Ja. Und nun hört man Ihnen an, dass Sie nicht in Niedersachsen geboren wurden. Ja. Wann sind Sie nach Niedersachsen gekommen und wie? Ja, ich bin selber Flüchtlinger. Ich komme aus Syrien. Seit September 2015 bin ich nach Deutschland gekommen. Und ich arbeite hier seit 2017 beim ASB Basinghausen. Und ich bin auch, ja, ich bin Chefhausmaster. Das ist für alle Friale und so. Ja, und ich freue mich, wenn ich die Leute helfen kann und so. Und dann, ja. Also ich finde, das ist einfach eine großartige Geschichte, dass jemand, der selber als Geflüchteter gekommen ist, einige Jahre später in Deutschland hilft, dass andere Geflüchtete eine einigermaßen gute Aufnahme haben. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute für Sie. Danke. Dankeschön. Dankeschön nochmal. Das ist für alle und so. Ja. Okay. Super.